Ja, wir wollen kurz einen Bericht geben, kurz ein Zeugnis, beziehungsweise kurzer Bericht. Wir werden die zwei Lieder singen, russisch, aber ich dachte, dass ich vielleicht ein klein wenig den Inhalt des Liedes wiedergebe. Wir werden gleich ein Lied singen, das handelt davon, wenn wir dann unser Erdenleben zu Ende geht und wir dann, sag ich mal, vor Gott stehen, dann werden ja Namen aufgerufen, beziehungsweise in den Himmel gehen nur Gerechte ein. Und der Chor von diesem Lied sagt auch, dass der Himmel nur Gerechte entgegennimmt und dann zählt er auf, die Namen von Stefan, von Paulus, von Maria Magdalena, von Philipp, von Titus und so weiter. Und dann zum Schluss sagt es, oder als Frage, ob dein Name auch dort sein wird. Und in den Strophen wird halt gesagt, ja, dass unser Leben geprüft wird, worauf wir bauen oder aus was wir bauen, aus Gold, aus Heu oder aus Holz, das wird ja geprüft. Und im letzten Vers sagt es auch, beziehungsweise eine Bitte zu Gott, dass er uns Gnade gibt, dass er uns nicht fallen lässt, dass wir doch das Ziel erreichen können. So vielleicht in wenigen Worten der Sinn des Liedes, was wir jetzt singen werden. Das Ziel ist noch, dass wir sagen. Ja, dann bin ich, was wir nicht in meinen Wort, Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020